Okay, jetzt fragt er mich noch aus. Tut mir leid, wenn ich vorhin etwas taktlos war, als ich fragte, ob du ein Wächter seist. Ihr verstanden nicht ganz, was das bin halt. Ist es schwer, die Geister ununterbrochen zu hören? Es kann einen etwas überwältigen. Es ist eigentlich ziemlich nützlich gewesen. Du wirst wissen, ob ich schon übergeschnappt bin. Ich habe genug davon in die Probleme, anderer Leute hineingezogen zu werden. Es kann einen etwas überwältigen. Naja, meinetwegen musst du keine sanftere Worte wählen, falls es manchmal zu viel wird, Alisa. Wir werden herausfinden, wie man dich heilen kann. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ja, danke, Kanna. So, naja, nochmal ein Quicksave machen. Seltener Berserker und Veteranen, die aber nicht feindlich sind. Seltener Kanonieren neben einem Katapult. Okay. Stimmt, hier ist ja noch ein Katapult. Dieses Katapult riecht nach frischer Kiefer und Hanf. Die Balken sind noch klebrig vom Haar aus. Nein. Au, also irgendwas tut mir jetzt gerade ganz schön weh. Wahrscheinlich die beiden Typen, die so auf mich einhauen. Okay, das war zu spät. Laden wir lieber nochmal. Wir hatten ja das Quicksave kurz danach, davor gemacht. Und jetzt ist das Quicksave. Also ja, Crackholt hat's in sich. Kann man nicht leugnen. Wir haben ja das Quicksave. Das Quicksave ist schon mal. Wir haben ja das Quicksave. Wir haben ja das Quicksave. Wir haben ja das Quicksave. Wir haben ja, die Quicksave. Wir haben ja auch gegründet. Ah! 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 Ich kann nicht mal einen guten Schaden auf die Hände kommen. Ah! 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 Du Guns hat niedrige Ausdauer. Ah! Ah! Wer hat die da unten eingeladen? Ah! 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 This tastes schwer. Wenn man sich überlegt, wie leicht die endlösen Fahde jetzt waren, weil wir einfach überlevelt waren, mit Level 13 ist Crack Holt ein ganz anderes Pflaster. Ich meine, wir sind ja drei, wir sind schon auf einem guten Wege zu 14 teilweise. Mal auf allen voraus. At once. Okay, da wird einfach mal Alov umgeboxt von irgendeinem Söldnerschar-Mützler, die sind verdammt stark teilweise, ey. Hm. Also die Gruppe ist wirklich arg stark, muss ich sagen. Noch stärker als die vorherige. Versuchen wir's mal wieder mit, äh, Schießen und Wegrennen. Look like, attack! Don't even employ it! Good shot. I'm here. Hold your ground! What? so kann aber wir brauchen und wir brauchen sie schnell okay das hier machen kann aber schon gleich neue ich bin ok der sternstaub macht auch uns einen schaden aber jetzt sind wenigstens die schon mal hinüber hat neue idee und ito mag ordentlich erwischt das gute ist im gegensatz zum ersten let's play dass die ladezeiten um einiges geringer sind so hier ist eine höhle gewesen weil er böse sachen jetzt muss ich eigentlich nur noch die da unten irgendwie ausschalten wissensweitergabe wahrnehmen geschlossenheit gewandtheit das haben wir schon mal gut sind wieder alle angeschlagen bis zum geht nicht mehr da ist ein söldner kanonieren söldner kriegsmagier hexer und schütze ja ja Das ist nicht sehr hilfreich. so kann er wir brauchen okay das war um einiges einfacher überwachung fertigkeit wirkungs bereich was vielleicht für duren empfiehlt ja noch ein ring unter dem blutgetränken tuch liegt eine leiche sie stinkt nach feundes und krankheit wer hat schriften also ja eigentlich sollten wir jetzt das lager komplett geleert haben aber hier gibt es noch was irgendeine rüstung die rastvorräte nehmen wir an uns ja im befehlszelt gab es noch eine truhe die wir nicht öffnen können feldlazarett hatten wir so jetzt ist die frage was mit denen da oben ist sieben tage und zwei stunden haben wir noch für die audienz gut drei menschen und so dann gucken wir mal was es mit denen hier auf sich hat moment moment sie hat es so weit geschafft ich sollte sie wenigstens ansehen der mann hier vor dir steht strahlt eine natürliche autorität aus sein beiläufiger befehl sorgt dafür dass die waffen sofort ihre waffen senken sie beobachten dich aber weiter genau commander ballerin leader of the torn bannermen you've been a right pain in the balls whoever you are what do i call you kommandant belorian anführer der männer des zerrissenen banners du hast uns halb mit dem wahnsinn getrieben wer du auch sein magst wie nenne ich dich talisa spielt es eine rolle nenn mich wie du willst wir unterhalten uns nicht lange hallo kommandant ich heiße talisa ha so weit von der stadt entfernt eine kultivierte sprache zu hören gute frau i've lost a lot of fucking men out there console hot's one thing but why are you here cutting down my soldiers ich hatte da draußen einen haufen männer verloren console hot is eine sache aber warum bist du hier und metzt es meine soldaten nieder i figure i can guess but please let's hear it from the man himself ich kann es erraten aber bitte lass es uns aus deinem mund hören so so Vielen Dank.